Das erste Lied nun ist eines, welches von Hilfsbereitschaft handelt, von Hilfsbereitschaft unter Menschen. Sieh einmal das Kleinkind dort, wirft sich auf dem Gehweg hin, heult und brüllt in einem Fort, Saber läuft ihm übers Kinn. Seine Mutti steht dabei, sagt, ich finde wirklich Kai, dass das jetzt nicht nötig ist, dass du wieder bockig bist. Soll die Mami dir ein Eis kaufen oder nein? Ich weiß, wenn wir gleich zu Hause sind, back ich Waffeln für mein Kind. Kai hingegen ignoriert jeden Vorschlag, er verliert sich in seinem Wutgeschrei, Muttern steht verloren dabei. Hilfsbereit, wie ich halt bin, geh ich freundlich zu ihr hin. Ich sag, sie tun sich und ihm und auch mir einen Gefallen, wenn sie ihm jetzt eine knallen. Um einen ehemaligen Gast der Frischlingsparade, Nico Semsrott, zu zitieren, Freude ist nur ein Mangel an Information. Ich hoffe, wir haben alle Mängel behoben und ihr wisst, dass ihr jetzt den YouTube-Kanal der Frischlingsparade abonnieren müsst. Bis dann.